Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu machen. In der Regel lässt sich ein Auslandsaufenthalt auch problemlos in ein Studium integrieren, weil es oftmals hierfür vorgesehene Zeitfenster gibt. Die Uni Marburg hat zum Beispiel aktuell Kooperationsverträge mit 346 Hochschulen in 67 Ländern, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Aufenthalt in Norwegen, Spanien, Venezuela oder USA? Ach ja, das Gute ist, normalerweise studierst du im Ausland auch ohne Semestergebühren und es gibt bestimmte Stipendienprogramme, die gezielt Auslandsaufenthalte fördern. Wo würdest du gerne ein Auslandssemester verbringen? Mehr Infos zum Studium in Marburg findest du hier.